Schade jetzt, ich fühl mich jetzt so schlecht, dass ich das nicht hinkrieg. Ist bestimmt voll einfach, nur ich blick's wieder ehrlich. Halt wie so oft. Ah, ich wollte gerade sagen, sind Minecraft-Zauns überhaupt an und dann hab ich das Plöppen der... Baaah! Baaah! Nicht gepunkt. Baaah! Ha! Erwischt! Gut, hab ich das Viech erwischt? Die dämliche Fruchtfliege, die hier schon seit einer Woche in meinem Zimmer rumschwirrt. Jetzt galt ich sogar noch als Mörder. Oh nein, ich hab jemanden in der Aufnahme umgebracht, hier war das Reales. Dämliche Fruchtfliege, ey. So, ähm... Oh, Erde, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott, oh, Gott. Erde! Nein! Oh, Gott! Erde! Oh, Gott! Oh! Oh, Gott! Ich bin schon... Ich bin schon fröhlichere, nettere Musik. Ich bin schon fröhlichere, nettere Musik. Abwechslung ist auch gegeben, dank 96 Titeln. Auch Musik, die für meinen Musik... äh, die meinen Musik Gespack... äh... Gespack... genau. Geschmack gar nicht entspricht. Aber alle so leise teilweise. Ich bin wahrscheinlich viel lauter als die Musik. Deswegen erhöhe ich mal Lautstärke von 8 auf... 12. 12. So. Kante gegeben, 4 Dezibel dazu. Oder ist das beim Windows Media Player in Prozent angegeben? Ich habe in letzter Zeit voll viele Anfragen gekriegt. Hey, Chewie, wie machst du deine Musik in deinen Let's Plays? Windows Media Player? Ist das für... Ah, das kennen wir schon. Das spule ich vor. Ah, neues Lied. Ist das wirklich so schwer? Ich meine, das sollte man eigentlich drin haben. Ich glaube, Apple hat auch einen eigenen Musik Player. Obwohl ich mir da nicht so ganz sicher bin. Ist ja halt Apple, ne? Kein Qualitätsprodukt. Ähm... Also... Sollte eigentlich drin haben, glaube ich. Ja, doch, stimmt. iTunes haben die genau da... Kann man auch Musik drüber abspielen? Stimmt, ja. Oder den... Ähm... Oh, wie heißt das? Äh... Wie heißt das Ding, was mich immer nervt? Will Updates machen. Ähm... Was ich schon hundertmal deinstalliert habe, das aber immer wieder Updates machen will. Oh, wie heißt das? Ähm... Ich komme gerade nicht drauf. Auf jeden Fall ist das so eine komische Kugel, umringt von zwei Pfeilen und... Also die sich so drehen. Also die in die eine Richtung zeigen. Ähnlich wie das, äh... Recycle-Symbol. Ja genau! Jetzt krieg ich auch ne XP bei Redstone. Was ist dat denn für ne Wichse? Mal ganz ehrlich, wer... Wer hat sich denn den Scheiß ausgedacht? Ja... Ist das Gremit? Ja... Wer hat sich denn den Scheiß ausgedacht? Ganz ehrlich. Wie dumm. Kann ich mir beim World of Warcraft zwar vorstellen, dass man da XP kriegt und dann da drauf auch skillen kann, aber hier dann sich seine Sachen verzaubern? Ist doch bescheuert. Boah... Leck. Tja... Minecraft halt, ne? Und jetzt... Jetzt... Ja genau! Jetzt hab ich auf einmal 60 Frames gehabt! Haha... Ich denk grad... Oh, das lief so schön butterweich. Alter, ich hab auf 40 limitiert. Du musst da nicht bei 60 rumhampeln! Minecraft so... Ja genau! Übertreib mal 73 während der Aufnahme! Bist du das noch zu retten? Ich hab auf 40 limitiert! Das merkt man so fort, finde ich. So ist normal! Ich sag euch denn mal... Jetzt war es um 31... Ja, jetzt ist es wieder 50 gewesen kurzzeitig. Also... Oh, da! Das meine ich! So schön butterweich! Butterweiche Bewegungen! Bei 40 ruckelt's viel mehr! Ach so! Das ist, weil ich nicht so weit gucken kann. Ähm... Ja... So... Ah... Ähm... Was gibt's denn noch so für Gesprächsthemen in der Welt? Keine Ahnung... Boah, was gibt's denn da noch? Ja, Gamescom genau! Fahr ich vielleicht hin! Vielleicht sogar mit dem Pitch! Den kennt ihr ja aus dem Super Smash Bros Brawl! Together Let's Play! Ähm... Wenn der Kerl sich denn mal melden würde! Er ist schon seit zwei Tagen nicht mehr online gewesen! Und wir fahren damit nicht... Und wir fahren damit nicht... Ich fahre ich nicht privat, sondern mit einem Bekannten hin! Arbeitskollegen von meiner Mutter, besser gesagt! Ähm... Und... Sieht zwar gut aus, aber... Hm... Hm... Ja... Das ist Chipper! Das kennen wir schon! Kenn ich! Ah, kennen wir noch nicht! Doch von Debito! Der benutzt das glaube ich auch manchmal! Das kommt halt vor! Bin ich jetzt am Bedrock ange... Ich bin am Bedrock! Nein! Ich bin am Bedrock angelangt! Oh mein Gott! Und wir haben keinen Diamanten gefunden! Was ist das? Das musste erstmal hinbekommen! Ähm... Alter! Was ist heute mit der Framelit los? Ich hab ne FPS... VPS Limitation drin! Und es hat... Es hat Frames bis ins Unendliche quasi! Das finde ich manchmal richtig klasse so! Wahrscheinlich seht ihr das in der Aufnahme gar nicht, weil... Ähm... Ich ja das mit 30 FPS rendere! Da scheint es dann hyperflüssig manchmal! An einigen Stellen! Weil ich ja mit mehr aufnehme eigentlich! Ja genau! Sei mal noch flüssiger! Das finde ich grad richtig geil! Warte mal! Ich streichel mal meinen Rechner! Ja... Fein! Fein! So! Jetzt geht's weiter! Ähm... Feiner Rechner! Ist halt AMD-Qualitätsprodukt! So... Hier die Steine wegmachen noch! Wenn ich dann den Gang so gebaut hab, dass er ein hoch ist, dann... Ja... Ist gut! Denk ich mal auch! So! Mach ich mal hier das hin! WTF! Warum hab ich hier eigentlich keine Dings gefunden? Diamanten! Nur Redstone eine Menge! So! Wenn wir dann oben sind, ist es auch schon wieder morgen! Weil wir so lange brauchen zum Hochlaufen! Das mit den XP beim Abbauen! Das ist irgendwie witzig! Aber auch total dumm! Finde ich! So! Ähm... Wär eigentlich lustig, hier unten so eine Hütte zu bauen! Jetzt... Ich hab's ja jetzt schon mal freigelegt! Ich bin voll! Oh nein! Kann ich irgendwas wegwerfen? Ich bin voll! 13 Sprengpulver! Wer braucht das? Hm... Hab ich die dabei? Sooo... Und jetzt noch die Reihe da! Geil! Ähm... Sooo... Kies! Nein! Ich will das Sprengpulver nicht! Aber den Kies da! Hm... Weißt du? Die dämmlichen Kakteen! Da hab ich genug von! Ich brauch gar nicht so viele! Ah! Jetzt ist mir der Kies wichtiger! So... Und jetzt hoch! Ah... So! Gar nicht irgendwie nervig! So! Bling! Bling! Übrigens, ähm... Mein 100 Abonnenten Special... Ja! Ihr solltet's mitbekommen haben! War... Ähm... Oder ist! Ich weiß gar nicht, ob's schon vorbei ist! Ich hab's nämlich nur nicht zu Ende aufgenommen! Ist Story about my uncle! Oh! Es regnet! Wisst ihr was? Ich schau mal kurz! Wie... Shiny-Tech! Wow! WTF! Bäh! Oh! Wow! Creepy! Das ist ein bisschen creepy hier gerade! Wow! So! Bäh! Verpiss dich! Nein, 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 Creeper! Ah! Scheiße! Ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Oh! Oh! Hauptsache ich hab Platz für die dämmlichen Knochen! Ich sollte aufpassen! Ich bin gleich tot! Oh! Zombie! Oh! Kopfloser Zombie! Und was ist das? WTF! Oh! Creeper! Was ist das denn? Die hört sich total nach Mortal Kombat an! Bäh 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 bäh! Ne! Mortal Kombat war anders! Wie ging Mortal Kombat nochmal? Nein! Nicht ehrlich! Das ist an die angelehnt! Das muss an die angelehnt sein! Das ist total an Mortal Kombat angelehnt! die Passage gerade muss sie gewesen sein, weil das hat sich so ähnlich angehört ja, das ist voll an die angelehnt hat er wieder einen Bogen gedroppt? ne ich finde, das ist gerade voll Mortal Kombat mein Aufgang nach ganz oben ist ja noch gar nicht fertig oh Gott, den will ich jetzt aber nicht bauen ich will erstmal ganz oben die Fassade zu Ende machen das Lied finde ich gerade richtig richtig angenehm, das ist ein ja, das ist scheiße, aber auch wieder gut, wisst ihr das ist ja, wie Stefan Raab eigentlich finde ich, also ich mag den total gerne aber irgendwo ist er doch immer scheiße so ähm zwei zwei hier da ne, halt so ähm so, Gott, ist das das ist so unübersichtlich mit dieser mieser Textur hier eins, zwei, drei, vier okay, vier ich hatte mir gerade nur die Längen da angesehen deswegen, tut mir leid ne, das war ja für drei eins, zwei, drei, vier eins, zwei, drei vier so komm schneller, Chui eins, zwei, drei kennen wir nö, gar nicht die ist geil ne, das war ja ne, das war ja so, ich aber nicht ne, das war ja